Gestern bekannt geworden, Bild hat darüber berichtet, dass die Kanzlerin und ihr enger Mitarbeiterkreis darüber nachdenkt, den Lockdown noch zu verschärfen. Da fragt man sich erstmal, was ist denn überhaupt noch möglich? Erste Berichte waren jetzt, dass beispielsweise der öffentliche Personennahverkehr eingestellt oder zumindest reduziert werden soll. Was haben Sie da gehört? Was wissen Sie darüber? Also, dass der öffentliche Personennahverkehr eingestellt werden soll, das kann ich nicht bestätigen. Ich wüsste auch nicht, wer darüber nachgedacht haben soll. Aber es ist tatsächlich so, wir machen uns große Sorgen, wenn wir uns die Infektionszahlen anschauen, wenn wir uns die Todeszahlen anschauen, wenn wir uns Zahlen aus anderen Ländern, auch im Hinblick auf das mutierte Virus anschauen, dann sind wir alle in großer Sorge. Und die Kanzlerin ist es auch, das hat sie gestern nochmal im Bundesvorstand zum Ausdruck gebracht. Und jetzt werden wir in den nächsten Tagen miteinander sprechen müssen. Und vor allem liegt es jetzt an den zuständigen Ministern und den Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Bundeskanzlerin über das weitere Vorgehen zu sprechen und dann zu entscheiden. Das heißt, es stimmt auf jeden Fall, dass man überlegt, wo, an welchen Ecken und Enden kann man nachschärfen, welche Maßnahmen müssen noch zusätzlich getroffen werden? Ja, wir machen das ja jeden Tag, beziehungsweise diejenigen, die dafür verantwortlich sind, tun das jeden Tag, zu schauen, welche Maßnahmen hat welche Wirkung. Wie haben sich die Zahlen entwickelt? Was ist jetzt in den letzten zwei Wochen immer passiert? Und was muss man jetzt ändern? Wir hatten eine Zeit, wo wir darüber gesprochen haben, wo kann man vielleicht wieder Maßnahmen zurücknehmen, wenn die Zahlen steigen und die Infektionszahlen steigen? Was muss man jetzt noch zusätzlich tun? Also das, was Sie beschrieben haben, ist ein dauernder Prozess. Der ist nicht jetzt so, sondern der war klugerweise immer so. Und welche Maßnahmen werden es jetzt? Wenn wir das schon beschlossen und beraten hätten, dann wäre das jetzt auch schon verkündet. Das werden die Beratungen jetzt der nächsten Tage zeigen zwischen den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin. FFP2, Maskenpflicht beispielsweise? Darüber haben wir gestern auch im Vorstand nicht gesprochen. Es ist auch keine Parteientscheidung, es ist nicht Parteipolitik, sondern es ist eine Entscheidung derjenigen, die die Verantwortung haben, der Regierung in erster Linie auf der Grundlage der Gesetze, die die Parlamente beschlossen haben. Und wenn die Entscheidungen getroffen werden, ist es dann möglich, dass die nächste Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin vorgezogen wird? Das ist möglich, wenn das notwendig ist. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei BILD. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.